Also Hallo Leute, wir sind's, eure Krüter für 20.03 und heute haben wir ein Pack für euch vorbereitet von MatchaTax 2012-2013. Ja, ich bin der Aschkan und neben mir sitzt mein Freund der André und ja. So, wir haben unsere ganzen Sparschweiner geplündert, damit wir uns ein Pack kaufen können und ja, das werde ich mal gleich öffnen. Eine Clubkarte. Okay, die werde ich gleich mal öffnen. Leg sie mal beiseite. Hier mal Timothy Chandler. Ja, der ist auch lustig. Dann Marco Höger. Nee. Da ist ja Mario Manchukic. Das glaubst du nicht? Wow, ich glaube, ich hab richtig... Typhoon! 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 Eigentlich hab ichs so lange nur noch scheiße bekommen! Und ob ihrs glaubt leute, ob ihrs glaubt oder nicht. Mein Freund, der André hat gerade im Klo noch ein zweiter Pack gefunden! Aber wir haben ja jetzt noch die Clubkarte. Und die Clubkarte ist... die ja das geht ja also das war auf jeden Fall schon mal mehr wert was wir uns nur vorstellen können und jetzt hat uns noch ein zweites Pack ein zweites Pack und ich werde es auch machen oh mit Clubkarte mit Clubkarte ja das ist schon mal sehr gut hier haben wir mal Tobias Weiz die sind scheiße aus an UL Boggatets Benjamin Köller Ivan Sandeni und die Clubkarte Borussia Mönchengladbach da habe ich hier glaubt nochmal SPVG erstes Pack war besser aber ja ja unsere anderen Stars sind Fürstner und Turala Postet eure Meinungen wir glauben das Video ist nicht richtig gut geworden Tschüss danke fürs Ansehen bis zum nächsten Mal Tschüss